So. Deine Zeit ist abgelaufen. Komm du nur her. Ja, ich drehe mal wieder ein bisschen am Rad, aber das kennt man ja wahrscheinlich von mir. Stirn. So. 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 Und das war auch schon das Quest hier. Das finde ich total doof, dass man hier immer hin und her fliegen muss. Aber so ist das halt bei Blizzard. Wir sehen uns wieder bei dem Heinz da. Ja, da sind wir. Ja, wie findet ihr das eigentlich, wenn ich das die ganze Zeit rausschneide? Das hin und her gefliegen, das Killen da sowieso nicht wirklich jemanden interessiert. Sagt mir mal, wie ihr das findet. Würde mich mal interessieren. So, was bringt das Ding denn? Da habe ich auf jeden Fall schon mal mehr Zaubermacht. Ach, wir vergleichen das einfach wie Dummies. Äh, du. Oh ja, definitiv mehr Zaubermacht. Ja, behalte ich. Okay. Hat das Ding mehr als 300. 312 gegen Standstufe. Sehr schön. Was, was, was wollte ich denn da verzaubern? Ein Zauber- oder Nahkampfschaden zufügen. Ja. Eine Waffe Dauer verzaubern, dass ihr manchmal geheilt werdet, wenn ihr einem Gegner mit Zaubern und Nahkampfangriffen Schaden zufügt. Gut, da ist halt jetzt die Frage, wie viel heilt es. Aber, das holen wir mal. Das andere, pfff, 520 Schaden. Das ist nix. So, und wie sieht das aus? Das sieht ein bisschen komisch aus. Naja. Mir ist das eigentlich egal, wie das... Es irritiert jetzt irgendwie. Es sieht aus, als würde ich mich permanent heilen. Aber beim Druiden hat sowieso vieles mit Blättern zu tun. Die Baumschmuser. Ja, jetzt tue ich mich selbst schon düsen. Aha. Nein. So. Oh. Ich finde es soweit ja immer wieder geil. Normalerweise sieht man manche Spielen hier das Wasser, ohne diesen schönen weißen Schaum, einfach Kerzen gerade runterfließen und das war's. Und hier ist es noch schön... Ja. Sieht halt aus wie in echt. Reallife. Ja. Soviel zum Thema. Hallo. Ja, ich hab das Thema extra irgendwie vergessen. Keine Ahnung. Wehe. Die Wüste Gobi. Ey, das ist doch die Karawane. Harrison Jones. Ja, warum heißt der Harrison Jones? Ich glaub... Mir wurde es schon mal gesagt, und ich weiß gerade nicht mehr von wem. Ich glaub, das ist ne Mischung von Harrison Ford und Indiana Jones. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, wenn ich da falsch liegen sollte, sag mir bitte Bescheid. Helft Harrison Jones am Grab des Kartud. Aber sicher helfen wir dir. Was ist das denn? Was ist passiert, wenn ich das jetzt mache? Ist das überhaupt sicher? Oh oh. What the fuck? Rasch, schnell, in die Kisten. Das sah grad ein bisschen komisch aus. Ja, genau. Äh, äh, pfff. Das sah grad irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber egal. So. Was ist das denn? Leicht nach meine Sand. Tafel-Fack-Mente. Was ist das denn? Eine aufwendige Scheibe. Boah, ist das denn groß. Heftig. Erhaltet den Stab des Sultans. Was krieg ich denn da? Kopf? Ja. Nee. Ja. Na, okay. Muss ich die jetzt killen oder liegen? Wenn die da irgendwo rumliegen, das wäre natürlich richtig geil. Ja, anscheinend nicht. Schade. Aber irgendwie war das doch noch hier mit den Hyänen. Das weiß ich noch, dass das auch noch ein Quest gibt. Hm. Warte mal. Ich glaub, da muss ich eine killen. Dann krieg ich eine Quest, in der ich mehr killen muss. Ich bin mir aber nicht mal sicher. Das teste ich jetzt mal. So, wie viel heilt mich denn der Stab? Ja, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ähm. Gar nicht. Und, ähm. Äh. Gar nicht. Sag ich ja. Ja, sag ich ja. Gut, dann würd' ich sagen... Was der fuck geht mit dem? Ja. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, dass ich hier nicht ein schallendes Gelächter ausbreche. Ja, ey. Ja, ey. Komm, hör auf zu Standbilden hier. Äh, das muss ich mir jetzt nochmal geben, ey. Jetzt bin ich mal ruhig. Ich nehmt euch nur den Kampf da an, wie die machen. Ich renn mal hin. Ich find's zu geil, irgendwie. Ah, dann werden wir den mal schnell killen. Zack. Los. Lasst mal die armen... Hey, der... Die gehörnte Ex in Ruhe. Es geht mit euch ab. Ich hab hier Mörderbäume, die hier alles killen. So, bevor ich hier jetzt unterbreche, werde ich noch... Hm, wo sind die Bäume grad hin? Na, egal. Werde ich hier noch diesen komischen Heinz da killen, aber erst mal muss ich mich heilen. Ich find's einfach zu göttlich, wie die machen, ne? Ich hab meine Schockwelle abbekommen. Und da ist grad einer online gekommen. Das ist mich sowieso nicht interessiert, wer das ist. Und da ich den wahrscheinlich eh nicht kenne, der... Doch, ich kenn ihn, aber ich weiß nicht... Ich kann's jetzt grad nicht zuordnen, von wem das war und ey. Aua. Boah, wenn ich jetzt feile, ne? Okay. Dann würde ich sagen, ist Schmuckstück-Time. Keine Ahnung, ich hab Schmuckstücke, nutzt die aber so selten. Das ist total schlimm. Höchstens im Bosskämpfen nutze ich die immer, aber so... Na ja. So, und jetzt muss ich das irgendwie... Sie graben am falschen Ort. Aha. So, dann würde ich sagen, werde ich hier mal alles fertig killen und sammeln und bla bla bla. Und dann sehen wir uns wieder bei Harrison Jones. Äh, ja. Alter. Geh weg. Überlebt. So, und endlich hab ich hier mal alles fertig. Mir ist grad aufgefallen, ich muss das Ding hier benutzen. Wenn ich den schafft bekomme. Ja, okay. Hyen getötet. Hallo, Harrison Jones. Ach, ich liebe es, irgendwie Namen falsch auszusprechen. Aber mittlerweile muss man ja aufpassen, weil manche heulen direkt rum. Weee, er hat was falsch ausgesprochen. Mimimimimi, ich muss hier gleich mal einen Hater raushängen lassen. So ungefähr läuft das manchmal ab. Betrifft jetzt keinen von euch wirklich. Das war nur letztens eine solche Sache. Ich mein, ehrlich gesagt, dass mir das auf gut Deutsch gesagt, scheißegal. Sosolang derjenige weiß, was man damit meint, ist es doch gut. Aber egal, genug rumgenervt. Genervt, genau, genervt. Okay, was müssen wir denn hier machen? Ah, da ist der Harrison Jones. Hallo. Seid vorsichtig. Ja, ich glaub, hier müssen wir uns angucken, glaub ich. Hä, was muss ich denn mal machen? Äh. Hä? Kann ich euch helfen? Dann seht sie. Ja, keine Ahnung, was wir hier jetzt machen müssen. Was ist das denn? Okay. Aber was sollen ihr sein? Duh. Ich binหมезж능. Das ist das. Ich bin miles von ihm. Ich bin movies. Ich bin. Ich bincep lock. Facebook. Jetzt bin詰hüloms чего. Eu. hus Pių.